hallo und herzlich willkommen bei virtuos und einem neuen patch note folge endlich mal was neues dabei und zwar ist das patch r 34 und damit sind einige neue veränderungen reingekommen der patch kam gestern raus deswegen jetzt hier noch mal so einen kleinen spontaner aufnahme überhaupt nicht geplant aber ich denke mal wir werden hier trotzdem was schönes zusammenzimmern denn es ist auf jeden fall wert dass wir das jetzt hier rechtzeitig raus bringen denn es gibt viele neue veränderungen also dranbleiben so ich habe jetzt leider auch nicht auf die schnelle vorbereiten können mein normales patch note gedönse ich habe ja die patch area das werde ich dann später nachholen ich zeige euch erstmal hier so ein bisschen wasser neuen blöcken dabei gekommen ist nämlich einmal hier dieses fensterchen hier finde ich ziemlich nett verbindet sich auch sehr schön muss man dazu geben so ein bisschen steinkirchenburg fenster ist das nachempfunden jetzt natürlich den steinen von dem asiatischen hier immer da da sehen wir sie da relativ ähnlich aber halt farblich unabhängig und das ist dieser hier mit stein und mit eisen rots also gar nicht so verkehrt dann jetzt hier geht mein handy ab aber wie gesagt ich nicht vorbereitet wurde abgestimmt dieser blog hat gewonnen und wurde ein bisschen aufgeteilt einmal die treppe jetzt natürlich weiß ich hätte mir das so viel früher schon alles gewünscht dann einmal slap finde ich auch sehr ich liebe dieses diesen asphalt stein einfach schon immer geliebt bin ich sehr begeistert von natürlich auch hier und dann natürlich üblich den alles aus also den muss man so herstellen und aus dem blog kriegt man den den und den und aus diesem blog wiederum kriegt man natürlich das und den hier und es sieht geil aus so für unterdächer finde ich das schon mal richtig krass geil also vor allem für viele dunkle ecken kann man das auf jeden fall sehr gut umsetzen werden mal bestimmt auch wenn ich jetzt hier das nächste gebäude kreaten werde werden wir das bestimmt mit einsetzen das finde ich schon mal echt gut so dann mache ich pack die sache mal weg die brauche ich jetzt erst mal nicht ein bisschen schwarz zwischen euch auch gefangen ist gerade ein bisschen am hau die mal hier mit rein also die mich schon mal weg brauchen wir jetzt erst mal nicht so dann ja wo fange ich an wo fange ich an genau es gibt zu den patch notes also diese infos dazu haben sie noch ein bisschen erzählt was alles vorhaben und so weiter in der zukunft oder dass da auf jeden fall größere sachen anstehen und zwar jahresplanungen das haben wir in der letzten folge gemacht also wie heute auch schon raus kam jahresplanung dass das ganze jetzt wieder zurückgesetzt wurde quasi in eine live open beta also wir sind wieder in der beta phase denn die haben entschieden das spiel ist so nicht mehr ansatzweise fertig finde ich und vernünftigen schritt vor allem dadurch kann man den leuten wieder zeigen wir sind noch am anfang finde ich sehr sehr nice so dann gibt es ein neues kostüm wir gehen mal über ein store rein nämlich diesen handschuh hier den finiti gantlett nach empfunden nach dem handschuh aus dem neuen adventures film infiniti war hier mit denen finde ich ziemlich nice 1 2 3 4 5 6 ja der hatte die eigentlich eigentlich hier fünf und da nur einen gelben glaube ich diese infinity steine finde ich sehr sehr schön und genau den habe ich mir auch direkt mit gegönnt ist ein reihendes teil 500 punkte 1500 coins und noch mal neue rezepte items die ich aber schon habe ist ja wurscht aber diese punkte waren einfach billig im verhältnis hier wenn ich mir das hier kaufe und hier habe ich gleich noch mal ein paar dinge dabei war eigentlich ein ganz nettes feature das wollte ich mir einfach nicht gehen lassen so dann kennen wir ja alle noch hatte diese anfangs boxen hier wenn man diese belobigung wenn man sich mal einlog da gibt es jetzt hier einen neuen trank ich weiß gar nicht genau ob ich den richtig verstanden habe diesen hier speedy boah ist das hell wie lange hält der an vier minuten das normales laufen das rennen ist schon fett auch der neue handschuh gefällt mir sehr gut passt jetzt nicht ganz zum weißen outfit aber finde ich sieht geil aus da haben sie auch schön gemacht im übergang mit dieser einfassung da ich bin mal dafür ganz ehrlich dass sie rucksäcke machen neue rucksäcke werden vielleicht mal angebracht krasse action das lila gepasst gut zu dem outfit so und dann natürlich das was jetzt überwältigend neu ist es seht ihr schon unten da bei x und daneben das ist wie heißt der q qb hier codex select codex entry to inspection es gibt quests und für jede quest die man so macht hier rucki quest rufien boah wird ja immer schwerer kriegt man abzeichen die man dann wiederum hier ersetzen kann kann ich das auch mit klicken ja bitte geht doch die ich dann hier rein packen kann na noch habe ich keine frei die sind natürlich auch sehr nice und zwar mit x komme ich da drauf genau da komme ich hier direkt rein kann ich den kubit nicht so auch auswählen ich glaube nicht dass die map ne der ist so nicht auswählbar der schwebt einfach nur rum deswegen mit x wo sind denn die ganzen anderen abzeichnen also war da nicht immer so kürz den ding so bin ich jetzt schon wieder zu alt das ist dass sie ja an die seite gerutscht ganz unauffällig aber auch schön mit den ganzen was man so ausgewählt hat da war es ja passt auch so kommen dann gucken wir uns mal die quests an willkommen und es gibt nämlich belohnung und leer zwar diese coins sprich man muss sie sich nicht mal immer kaufen man kann auch diese quests machen und dadurch akzept geld sammeln a pretty like connect my craft and glow get down to my favorite thing ok wir können das ganze mal tracken so jetzt haben wir da oben nämlich die quest aber wir gehen dazu mal hier rüber denn warum soll ich die den touchdown jetzt da weg holen wäre ja blödsinnig die haben wohl irgendwas auch mit den ladeblütschirmen gemacht die haben ein paar steine umbenannt wenn ich das richtig verstanden habe so Ecksteine irgendwie aber sonst war jetzt gar nicht so viel vom bug fix ist die rede wenn ich das jetzt richtig verstanden habe alles also wo ist mein touch down da ist mein touch down touch down weg touch down gesetzt ja hier oben wäre vielleicht ein bisschen intelligent da so und wir haben die erste quest erfüllt komplett sehr cool und kriegen die 50 punkte und nochmal hier diese sachen dabei für den anfang auch nicht schlecht genau eins von drei kommen machen wir das mal collection redwood mushrooms 5 we have your weapon eat mushrooms to heal zack so jetzt die waffe an den na ich glaube das kann ich aber auch mit meiner machen auch wenn ich da gar nicht mehr so viel power drauf hab na hier ist er ganz schön am lecken sowieso na gut er muss jetzt hier auch aufbauen ist ja auch nochmal so eine sache hier sowieso eine kreatur eine kreatur perfekt so thank you must create a great love good fight a straight fight with reason ja hammer Aufgabe 2 erfüllt home sweet home craft 20 wood wall in red tripper please place 20 wood wall na tolle wurscht ich hab kein holz hier wir wollen mal das eine fertig machen heißt wir huschen mal wieder zurück da habe ich auf alle fälle wood bin ich der felsenfesten überzeugung in china town ich bin wie gesagt ich finde es geil dass die jetzt diese quests reingeführt haben und dass man da wenn man die absolviert natürlich auch dementsprechend belobigungen kriegt ihr seht klar für mich jetzt ne ich habe vieles da und so weiter und so fort das geht halt ratzfatz aber für neueinsteiger sind das vor allem echte belobigungen wie zum beispiel die waffen und so weiter und so fort hier das können wir uns mal mitnehmen gut wohl wieder haben ne da ist es guck mal wird sogar angezeigt so wird die einsetzen 12 34567 architecture und so wieder ab приßen er passt complete psix Machen wir mal. Danke. Und wieder 50 Punkte. Guck mal, so kriege ich sogar die Waffe wieder raus. Und nochmal 20 Dings. Und eine Hose. Reaching out. Ich weiß ja nicht, was es hier denn für Sachen gibt. In Grassland or Forest. Und jetzt haben wir hier sogar schon mehrere Aufgaben. Das heißt, ich habe jetzt hier das hier freigespielt. Denke ich mal. Und hier haben wir schon 7. Ja, mein Englisch ist echt mies. Das ist mal so ein bisschen doof. Ach ja, neue Blueprints gibt es auch. Hier, das ist wohl neu. Direkt von denen. Ein kleines, süßes Häuschen. Mit Kamin, Strohdach, Bett und Dings. Kostet auch nur 100 für den Start. Ja, besser als dieses alte. Die hatten ja schon mal so ein Starterhäuschen. Da finde ich das doch wesentlich schicker. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr nett finde, wieder mal aus den alten Materialien. Nicht immer die neuen Sachen drin. Ja, ich habe die noch angeklickt. Das ist eine neue Burg, glaube ich. Oder ist das die alte? Ah ne, das ist die alte. So, was willst du jetzt hier? Äh, flowers in the field, collection views. Observant wie im Sumpfgebiet, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Aber sind wir ja auch, oder? Rein theoretisch. Haben wir hier den Bienenwachs. Fertig. Kann man hier direkt schon mal einen neuen drauf pflanzen. Flowers kriegen wir hier raus. Ein Leafy, soll man dich killen. Mal. Tat, 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 tat. Kann man noch zusätzlich tracken. Nehmen wir alles mit. Eine Flower. Ach, Wines. Jetzt verstehe ich. Wines, Wines, Wines. Okay. Am besten natürlich auch die Pflanzen, die wir brauchen. Rot ist sehr beliebt momentan. So, das haben wir fertig. Wines habe ich aber hier. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Läuft doch. Uh, jetzt muss man sagen, wir sind Part of Agriculture. Das ist das nächste schon. Ne, ist das immer noch der Rubi. Storm from the cave, craft processing, crafting tool, cut these wood slabs in Prozessor, achso. Wahrscheinlich den hier, ne? Einfach nur... Cool. Solche crafte Prozessor, ach, nö. Komm, ich mach das jetzt hier, wenigstens den Rookie-Status machen wir jetzt hier schnell noch zusammen, fertig. Dann müssen wir noch ein paar Steine herholen. Ich glaub, ich hab hier unten irgendwo eine Höhle drunter, wo ich reingehen kann. Und den ich brauch für den Prozessor... Da ist er. Ah ne, nur normale Steine, perfekt. Reicht schon. Äh, da geht's raus. Hüpp, hüpp. Na, baust du die Gänze hinzu hier? Haben wir. Und jetzt, äh, da, 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 da rauf. Oder zwei Slips. Ah, ich dachte, ich kann wenigstens noch ein paar Leafies zwischendurch killen, aber der ist auch schon durch. So, fertig. Schon wieder 50 Punkte. Uh, hier, guck mal. Das ist hier Block and Heart. Craft and Exator. Boah, hat der hier alles. Das geht ganz ratzfatz hier. Den haben wir dann schon. Aber ein Rookie will ich fertig machen. Was will er jetzt hier noch haben? Collect three bones, one creatures. Craft a stone, sword in sword. Kategorie. Ein Steinschwert. Kommt ihr Viecher? Kommt zu Daddy. Ich brauche Knochen. Aber Leafies geben, glaube ich, keine Knochen. Ich weiß nicht, ob ich alles mitnehmen muss dafür. Upsala. Falsche Tastenreihe. Oh, shit. Man muss mein Schwerk kaputt. Oh, shit. Das ist der Nachteil. Du siehst es halt nicht so genau. Wollen wir uns mal ein anderes Vieh. Nicht so einen starken Vogel unbedingt. Machen wir her, Schweinchen. Du hast aber schon Knochen dabei. Unnötig. Och, nö. Du. Lieber so ein einzelnes. So. Geh doch. Dann können wir uns nämlich das hier machen. Und haben damit die Aufgabe schon wieder erfüllt. Ach, guck mal hier. Warum kann ich denn das nicht machen? Habe ich keinen Platz mehr im Inventar? Ui. Ha. Ich will hier ein bisschen schrottlos werden. Uncoole Sache. Ich brauche dich auch nicht. Kostet ja alles nichts. Ein paar Kisten. Stone Chests. Jetzt. So, jetzt können wir erst mal. Habe ich die schon fertig? Schöne Ruki Quest. 2 1 2 1 2 1 2 1 1 Okay, das hat er, das hat er, das hat er. Haben wir, haben wir, haben wir. Das haben wir ja gerade gemacht. Welcome to the jungle. Das haben wir auch abgeschlossen. Aber warum will er denn eigentlich? Nee, aber will er mich gar nicht weiterlassen. Boah, wie gemein. Wie fies. Ja, gut. Hold your board longer under water. Achso, ich muss eine Quest noch abschließen, damit ich hier dann die letzte fertig kriege. Nein, das wäre ja gar nicht so. Äh, Construction vom Blueprint-Menü. Man, Blueprint, boah. Stone-Mining-Sale, können wir jetzt fertig machen. Warte mal. Schabe keinen Platz. Wo ist mein, äh, da. Und da muss ich mal heran. Ganz gemein. Ja, weil wir halt jetzt so schnell abrupt hier durchbrettern, ne. Hat er da ein paar Gedenken, wie es aussieht. Aber, schmal haben wir hier so. Okay. Oh mein Gott. Und das sind ja solche Kisten. Wie krass ist das denn? Auch nicht verkehrt, aber ich habe jetzt wieder ein bisschen Platz, glaube ich. Ich bin immer noch voll. Mit 61. Oh. Ja, was können wir denn jetzt hier wo rein machen? Wo habe ich denn Wood-Collect-Wood-Sachen drin? So, hier erstmal die Vines rein. All den Mist, den wir gerade nicht so brauchen. Oh Gott, die ganzen Politions. Klamotten, unnötige Klamotten. Was habe ich da drin so? Ja, komm, pack mal dich mal da mit hin. Eine komplette Ausstattung halt. Was will wir noch haben? Ein Extractor. Was ist denn, ach ja, die haben wir gerade, glaube ich, verbraten. Machen wir hier mal noch schnell einen. Wir brauchen einfach nicht so viel davon. Ich hole jetzt wieder weg. So. Okay. Und da ist er. Craft-Full-Crafting-Tool-Cocktail. Please the... Äh, place the fork. Forget obsidian. Okay, rein theoretisch. Haben wir das denn auch alles fertig? Na, verdammt. Na, verdammt. Ist doch die letzte, ne? Dann haben wir auch unser erstes Abzeichen. Ach, guck mal hier. Ja, das ganze Holz drin gehabt. Äh, ja. Ja, aber ich glaube, ich habe keinen Obsidian... Äh, nicht Obsidian. Ja, keinen von den Bedwalks. So, komm, 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 wir ziehen das hier durch. Eiskalt. Bis zum bitteren Ende. Na, das war richtig doof. Da, meine Unterkonstruktion für das Versteck. Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Da. Drei, vier, fünf, sechs. Siedan habe ich hoffentlich auch noch genug vor Ort. Komm ich nicht schneller raus da. Ich packe mal auch mal nach unten. Ah, der Speed geht ein bisschen schneller raus, habe ich das Gefühl. Dafür. Ich packe mal nicht mal, kann ich dich da reinpacken überhaupt? So, cool. Na, warte mal. Warte, ich dich denn jetzt? Ja. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, fünf, fünf. Sicherheit ist da. Ach ne, ich muss ja nur zehn machen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Mal schon mal wieder hier rein. So, von mir aus benutzen wir mal die Zeit hier kurz zur Sortierung. So, das Holz, die Holzsache hatte ich hier rein getan. Genau, so, zack, Fenster weg. Das hier mal weg. Der viel Müll, den wir gerade mit uns rumschleppen, der unnötig ist. Fackeln, wer braucht denn heutzutage noch Fackeln? Weg damit. Hau weg, das war auch erst mal hier. Er hat später noch genug mit uns rumzuschleppen. So, Collector, Magnet, ach guck mal, man kann die Sachen sich auch einfach reinziehen, habe ich das Gefühl. Aber da will er jetzt speziell zehn Dinger gefuckt haben. Ne. Ah, weil ich die rausgenommen habe. Doch, weil ich die rausgenommen habe. Warne, hätte ich mir doch keinen tun können. Perfekt. What? Immer noch das, fertig. Komplett. Komplett, Komplett, Komplett. Jetzt können wir uns das nämlich hier reinziehen. Da haben wir jetzt hier ein Abzeichen. Ich weiß gar nicht, sieht man das so? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie das hier jetzt noch irgendwie anzeigen. Schade. Aber gut, ein Abzeichen haben wir uns geholt, ist ja schon mal ganz nett, dass wir hier immer noch kein Kostüm haben, finde ich auch ein bisschen schade. Aber gut, geile Sache auf jeden Fall, die ganze Quest-Reihe. Guck mal, der ist auch schon fertig. Verschiedene halt. Warum habe ich den denn auch schon durch? Ist ja lustig. So schnell kann es manchmal gehen. Sind halt nicht alle. 8, 8, 5, 4, Amor-Quest-Reihe. Juti, ich sage mal ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran, was das neue alles bringt. Es soll wohl auch erst der Anfang sein. Also da kommt wohl noch eine ganze Menge mehr. Das hoffe ich natürlich sehr. Deswegen sage ich mal, lasst mir ein Abo da, ein Däumchen, Kommentare, was ihr von dieser neuen Richtung sagt von Create the Verse. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.